Warum bekommen wir Kinder? Wir haben hier ein unidentifiziertes Lobobjekt. Etwas Schuld. Oder aus Liebe. Für wen? Für uns selbst. Oder für Jesus. Kriegen wir Kinder aus Schuldgefühl? Oder uns ganz zu fühlen? Ist das Schicksal? Untertitelung des ZDF? Oder uns ganz zu fühlen? Oder uns sehr schicken? Oder uns ganz zu fühlen?